Trotz des Gelübdes der Keuschheit, das ein Eckpfeiler des katholischen Priestertums in der gesamten Geschichte ist, gab es viele Päpste, die nicht keusch lebten. Diese romantisch aktiven Päpste schlossen solche ein, die langfristige Partner hatten, und sogar einige Päpste, die Kinder hatten. Obwohl diese Art von moralischer und spiritueller Unehrlichkeit heute als längst überwunden gilt, trug diese offensichtliche Heuchelei damals zur Volkswut über die Täuschung innerhalb der katholischen Kirche bei und verstärkte die große Unruhe, die die Kirche zu turbulenten Zeiten umgab. Hier sind einige der gravierenden Beispiele von Päpsten, die sich nicht an das Zölibat hielten. Papst Alexander VI. Papst Alexander VI. Auch bekannt als Rodrigo de Borja, zeugte neun Kinder. Er trieb das Fehlverhalten innerhalb der katholischen Kirche auf beispiellose Höhlen und war mit dem spanischen Zweig der mächtigen Borgia-Kirchendynastie verbunden. Er wurde von seinem Onkel zum Kardinal ernannt und wurde schließlich Vizekanzler der katholischen Kirche. Dabei erlangte er enormen Reichtum, indem er Ämter und Ablassbriefe an die Reichen verkaufte. Er hielt nicht einmal den Anschein des Zölibats aufrecht und gestand letztendlich vier Kinder mit seiner adligen römischen Geliebten Vanozza Catanai. Er hatte fünf weitere Kinder von verschiedenen anderen Geliebten, Kinder, die er als Nichten oder Neffen ausgab. Sein Sohn Cesare, das Vorbild für Machiavellis der Fürst, würde sein Kardinalat aufgeben und eine französische Adlige heiraten. Alexanders Tochter Lucrezia wäre in verschiedene berüchtigte Affären und drei Ehen verwickelt. Historische Spekulationen ranken sich auch um ihre mögliche Beteiligung an intrafamiliären Beziehungen. Papst Johannes der Zwölfte Papst Johannes der Zwölfte Verwandelte den päpstlichen Palast in ein Bordell. Dokumentiertes Fehlverhalten von Päpsten reicht bis ins 10. Jahrhundert zurück, als Johannes der Zwölfte mit 18 Jahren am 16. Dezember 955 zum Papst ernannt wurde. Johannes der Zwölfte Erhielt die Ernennung durch seinen Vater, einen römischen Prinzen, der die Stadt 20 Jahre lang regierte. Johannes der Zwölfte Johannes der Zwölfte war höchstwahrscheinlich unehrlich, und weil er sowohl der religiöse als auch der weltliche Führer Roms war, ignorierte er das Zölibat. Angeblich pflegte er intrafamiliäre Beziehungen und soll den päpstlichen Palast in ein Bordell verwandelt haben. Es wurde gemunkelt, dass er durch die Hand eines eifersüchtigen Ehemanns ums Leben kam, der den Papst beim Ehebruch mit seiner Frau ertappt haben soll. Papst Paul II. Papst Paul II. soll angeblich während einer intimen Begegnung mit einem jungen Diener verstorben sein. Paul II. war ein Papst des 15. Jahrhunderts, der während seiner siebenjährigen Amtszeit in kleinere Konflikte verwickelt war. Das Zölibat könnte ein Problem gewesen sein, da die Art und Umstände seines Todes umstritten sind. Offiziellen Berichten zufolge erlag er einem Herzversagen, nachdem er eine übermäßige Menge Melone gegessen hatte. Andere Berichte, möglicherweise von päpstlichen Feinden stammend, behaupten, dass Paul II. während des intimen Akts mit einem jungen Diener von hinten verstorben sei. Dass er es genoss, sich in aufwendigen Gewändern zu kleiden, trug ebenfalls zu Gerüchten über Effemination bei. Papst Julius II. Papst Julius II. war von beschämenden Geschwüren bedeckt. Als Giuliano della Rovere geboren, wurde er 1503 zum Papst. Heute ist er am bekanntesten als der künstlerische Förderer von Michelangelo und anderen prominenten Künstlern der Renaissance, sowie für den Wiederaufbau der Basilika des heiligen Petrus. Das Konzil von Pisa im Jahr 1511 verurteilte ihn als solchen, inklusive der Feststellung, dass er mit beschämenden Geschwüren bedeckt sei, eine Anspielung auf Syphilis. Die Geschichte hat zu dieser Behauptung kein endgültiges Urteil gefällt. Julius erlag 1513 einem Fieber. Papst Leo X. Leo X., der erste Medici-Papst, war ebenfalls aktiv homosexuell. Julius II. Es Nachfolger war Leo X., der erste Medici-Papst, der Sohn von Lorenzo de' Medici, genannt Il Magnifico. Sein Vater mahnte ihn vor der lasterhaften Atmosphäre in Rom. Du solltest Gott dankbar sein und ständig bedenken, dass dies nicht durch deine Verdienste, deine Klugheit oder deine Sorgfalt geschehen ist, sondern durch seine Gnade, die du nur durch ein frommes, keusches und vorbildliches Leben zurückzahlen kannst. Eine derart tugendhafte Lebensweise aufrecht zu erhalten wäre jedoch in Rom, diesem Sünden-Pfuhl, schwierig. Giovanni würde wahrscheinlich auf Menschen treffen, die besonders bemüht sind, dich zu verderben und zum Laster zu verleiten. Leider setzte Leo X. die Praxis fort, Geld durch den Verkauf von Ablassbriefen und Ämtern zu beschaffen. Er wird auch in zwei zeitgenössischen Geschichtsschreibungen erwähnt, in denen von regelmäßigen Beziehungen zu männlichen Liebhabern die Rede ist, und entsprechend ist er in einem modernen Hus-Hu der homosexuellen Geschichte aufgeführt. Papst Julius III. Julius III. machte seinen angeblich bürgerlichen Freund Giovanni Chocchi del Monte schließlich zum Kardinal. Julius III. war ein Papst, der im mittleren 16. Jahrhundert für fünf Jahre regierte. Vielleicht ist er heute am bekanntesten für die Schaffung dessen, was als einer der skandalösesten Vorfälle in der Geschichte des Papsttums beschrieben wurde. Noch als Kardinal wurde Julius emotional mit Innocenzo, einem jugendlichen unehelichen Sohn einer Bettlerin, verbunden. Nachdem Julius ihn auf der Straße getroffen hatte, wurde er im Haushalt des Bruders des Kardinals installiert, der ihn adoptierte und ihm den Familiennamen gab. Eine der ersten Handlungen von Julius III. Als Papst war die Ernennung von Innocenzo zum Kardinal. Obwohl Kirchenhistoriker versucht haben, diese Beziehung als rein platonisch zu bezeichnen, betonte zumindest ein Botschafter nachdrücklich, dass Innocenzo das Schlafzimmer des Papstes teilte. Innocenzo war so inkompetent, dass der Papst ein spezielles Amt für ihn schaffen musste, ohne Verantwortung. Aufgrund dieser Ernennung wurde Julius in Rom und in den verschiedenen Höfen Europas verspottet, wobei Emissäre auf Innocenzo's groben Hintergrund und Mangel an Raffinesse hinwiesen. Nach dem Tod von Julius III. Im Jahr 1555 schwand der Einfluss seines Geliebten. Er wurde schließlich auf Anordnung des Papstes nach separaten Vorfällen mit Mord inhaftiert. Obwohl er offiziell immer noch Kardinal war, als er 1577 verstarb, war seine Gedenkfeier privat und unbeachtet. Er wurde in einem unmarkierten Grab in der Kapelle der Familie Del Monte in Rom beigesetzt. Sixtus IV. Sixtus IV. war in einen Nepotismus-Skandal verwickelt, der seinen Neffen betraf. Sixtus IV. war ein weiterer homosexueller Papst des späten 15. Jahrhunderts, der offen junge attraktive Männer in machtvollen Positionen innerhalb der katholischen Kirche beförderte. Sein Favorit, sein Neffe Pietro Riario, der Sohn seiner Schwester, wurde bereits in seinen Zwanzigern zum Kardinal ernannt. Sixtus IV. Sixtus verwöhnte seinen verschwenderischen Verwandten, der buchstäblich in goldbeladenen Kleidern herumlief, seine eigene Geliebte hatte, mehrere hundert Bedienstete hatte und Partys veranstaltete, die bis tief in die Nacht dauerten und mit jungen Männern und Prostituierten gefüllt waren. Obwohl Riario angeblich enorme Schulden auf Kosten des Papstes anhäufte, verstarb er innerhalb von drei Jahren nach seiner Ernennung. Es wird auch gesagt, dass Sixtus dem Kardinalskollegium eine Sondergenehmigung erteilte, im Sommer zu praktizieren. Obwohl die Sixtinische Kapelle von ihm subventioniert wurde, wird Sixtus historisch für Täuschung, Nepotismus und hohe Besteuerung in Erinnerung behalten. Der klassische Historiker Jakob Burkhardt nannte ihn den schrecklichen Sixtus. Papst Leo XII. Papst Leo XII. schlief mit der Frau eines Schweizer Gardisten von Papst Leo XII. und zeugte mindestens drei Kinder, darunter Annabelle de la Ganga. Leo XII. war einer der konservativsten und unbeliebtesten Päpste des 19. Jahrhunderts. In seiner sechsjährigen Amtszeit ab 1823 erließ er viele Gesetze und Verordnungen, darunter das Verbot für Juden, persönlichen Besitz zu besitzen, das Verbot von Alkohol in Rom und die Wiedereinführung von Vorschriften, die seit dem Mittelalter nicht mehr gesehen wurden. Er wurde trotz seiner schlechten Gesundheit zum Papst gewählt. Tatsächlich galt er als Kompromisskandidat, von dem die meisten glaubten, dass er nicht lange überleben würde. Im Jahr 1794 von Pius VI. Als päpstlicher Nuntius nach Frankreich, Österreich und mehreren deutschen Staaten geschickt, soll er drei uneheliche Kinder in einer Liebschaft mit der Frau eines Schweizer Gardisten gezeugt haben. Die Vorstellung, dass dies seine letzte Ernennung in der Kirche wäre, schien ihm eine fatalistische Einstellung zu seinen heiligen Verpflichtungen gegeben zu haben. Er sollte weitere drei Jahrzehnte in schlechter Gesundheit leben und schließlich 1829 sterben. Papst Benedikt IX. Papst Benedikt IX. war ein Dämon aus der Hölle im Gewand eines Priesters. Nach allen Berichten war Benedikt IX. nicht nur ein wirklich schlechter Papst, sondern auch ein wirklich schlechter Mensch. Ein Zeitgenosse nannte ihn einen Dämon aus der Hölle im Gewand eines Priesters. Selbst die katholische Enzyklopädie, die oft beschuldigt wird, die Geschichte der Päpste zu beschönigen, bezeichnete ihn als Schande für den Stuhl des heiligen Petrus. Im Jahr 1032 einer der jüngsten Päpste begann er sofort, die päpstliche Schatzkammer in Bordellen und bei Ausschweifungen zu verprassen, bei denen auch Männer und Tiere einbezogen wurden. Sein Verhalten schockierte selbst nach römischen Maßstäben. Sein erstes Pontifikat endete, als aufgebrachte Römer gegen ihn rebellierten und ihn kurzzeitig 1036 vertrieben. Er würde die Politik ausnutzen und erneut eingesetzt werden, nur um 1044 erneut abgesetzt zu werden. Benedikt versammelte eine Armee und eroberte das Papsttum 1047 zum dritten Mal zurück. In Anbetracht seiner Unbeliebtheit entschied er sich weise, das Papsttum zu verkaufen und zu heiraten. Typischerweise änderte er bald seine Meinung und stürzte die politische Situation ins Chaos. Er wurde schließlich gewaltsam vertrieben und exkommuniziert, woraufhin er seine Wege bereute und später 1056 in einem Kloster verstarb. Er ist der einzige Papst mit drei separaten Amtszeiten und der einzige Papst, der die Position öffentlich versteigerte. Papst Paul III. Papst Paul III. missachtete offen das Zölibat, als er noch ein junger Mann namens Alessandro Farnassi war. Papst Paul III. gehörte dem wohlhabenden und mächtigen Haus der Farnassi an, einer einflussreichen italienischen Familie während der Renaissance. Seine Schwester Julia war angeblich die Geliebte von Papst Alexander VI. Die Ernennung von Farnassi zum Kardinal in seiner Jugend war das Ergebnis dieser Beziehung. In seiner Jugend schenkte Alessandro den Gelübden des Zölibats keine Beachtung und hatte offen fünf Kinder mit einer Geliebten namens Silvia Ruffini. Alle diese Kinder wurden offiziell als seine Nachkommen anerkannt und erreichten hohe Adelspositionen in der italienischen Gesellschaft, insbesondere sein Sohn Pierluigi Farnassi, der erste Herzog von Parma. Obwohl seine Kinder offiziell im Jahr 1513 anerkannt wurden, brach Farnassi die Beziehung zu seiner Geliebten ab, als er 1534 zum Papst aufstieg. Als Papst ist er besonders bekannt dafür, Heinrich VII. zu exkommunizieren und zahlreiche Projekte von Michelangelo in Auftrag zu geben. WDR 2021 LBOY! zuUP!